Heute ist endlich der Tag gekommen, heute ist der 25.10.2023 und heute ist endlich Michael Myers verfügbar. Also gucken wir mal, ob doch heute es endlich stimmt und gehen rein in den Itemshop von dem Battle Royale. Und endlich ist er drin, mit seinem Liegen, den Emoji. Und? Er ist leider Copyright, deswegen hört ihr ihn dementsprechend leider nicht. Aber ihr kriegt den selten Emoji von ihm, 500 V-Bucks. Dazu kriegt ihr noch den Slasher, den ich richtig ausgesprochen habe. Den noch den normalen Michael Myers mit seiner Maske und einem Schnitzkürbis hinten dran, mit seinem Messer. Nur für 1.800 V-Bucks und ich würde mal sagen, da wird es ja mal reingegönnt, denn das sieht man nicht alle Tage. Zack, wird direkt ausgewählt. Dazu gibt es denn das Roboos-Paket zurück. Davor gibt es noch das Confetti Leopard, die Confetti Leopard-Lackierung. Die Skinslays und Paradoxen wieder drin, die bilden dieses Paket plus den, ich kann ihn leider nicht aussprechen, und Allsicht. Dazu ist denn die ganze Kürbis-Gang heute drin, oha, die ganze Kürbis-Gang ist einfach wieder drin. Es gibt dann wieder den 90-Kürbis-Killer, ich glaube, der ist neu. Korrigiert mich, wenn nicht, mit zwei verschiedenen Stilen, einmal mit Samt, also mit einem schönen Anzug. Und jetzt nochmal der Kürbis-Killer. Dazu gibt es dann den Holkopf-Skin, ne, den Hohlkopf-Skin, mit dem Feuereffekt, der Schnitzer, womit man den Kürbis wahrscheinlich gemacht hat, den Kürbis-Agenten. Auch wieder mit drei verschiedenen Stilen. Den Kürbis-Kämpfer nur für 8 V-Bucks. Dann kann man noch einmal weiter runtergehen, und zwar zu den normalen Skins. Da ist Dominatoren drin, ja, auch wahrscheinlich lange nicht mehr drin, von Season 1 sogar. Das Spezial-Kommando für 1200 V-Bucks, ich finde den Hut-Megakult, das ist, glaube ich, ein Barrett. Dazu ist Gen wieder drin, das finde ich gut. Passt perfekt zu dem, was ich mir gerade geholt habe. Wolkenschlag ist auch verfügbar, ich glaube, ich hatte den mal vor 1000 Jahren. Ne, doch nicht. Hatte ich nicht. Und dann noch Schalenregen, let's go. Schalenregen auch einfach dazu. Und davon watscheln. Aber ich würde sagen, heute sonst als besonderes, da endlich der Michael Myers ist drin. Ich freue mich sehr mit The Shape. Das ist eigentlich auch los. Und wer ihn nicht kennt, der hat ein paar bestimmten Film mitgespielt. Guckt euch die mal an, muss ich jetzt nicht erwähnen. Ich sage nur Halloween. Müssen wir eigentlich kennen. Heute ist sonst nichts besonderes drin. Und wir verschenken nochmal ganz schnell eine Sache. Und zwar, gucken wir mal. War das? Ich finde das gerade nicht. Hm, ich wollte gerade noch mal was verschenken. Dann machen wir das ganz kurz. Ah nee, es muss ja ein bisschen cooler sein. Ey, erstmal hier, auch wenn ihr es noch nicht kennt, hier die Antimaterie Flusshacke. Auch sehr cool. Hatte ich damals auch. Mal das hier kurz. Das verschenken wir mal kurz an den Zuschauer. Dabei nehmen wir dieses Mal den Armin. Mal gucken, ob die Freundserfrage draußen ist. Nein, leider nicht. Dann müsste ich einmal kurz nachchecken, wäre das wahr. Jetzt scrollen wir einmal ganz kurz. Kann ich scrollen. Na, hier. Hier kann man dann nicht mal scrollen. Gucken wir mal kurz. Hier ist er ja schon. Einmal verschenken. Natürlich Paket wählen wir nicht aus. Und wenn ihr auch mal so ein Geschenk erhalten wollt, schreibt mal gerne euren Epic-Namen in die Kommentare, falls ihr ihn auch nicht geändert habt. Und wenn euch dieses gefallen hat, lasst gerne pro Team werden. Da hat euch dieser Neige Meister auch gefallen. Würdet ihr euch ihn auch holen. Und zwar würde ich mir ihn immer wieder holen, wenn es gehen würde. Zweitens trage ich ja noch den Credicor TGCOG im Itemshop ein. Heute leider ist das Video nicht ums Zeuge gekommen, aber nächstes Mal kommt wieder pünktlicher. Und dann würde ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und danke, dass ihr zugeguckt habt.